Sipanomanachie Na? Es geht um einen Erzdämon, der den Körper eines unschuldigen elfjährigen Jungen befallen hat. Wir haben natürlich die besten Exorzisten hinzugezogen, aber erfolglos. Wer sind Sie? Ich werde Ihrem Sohn helfen. Ich mache keine Exorzismen. Ich behandle die Symptome nicht mit religiösen Methoden. Ich tauche in das Denken der Opfer ein, um die Krankheit zu bekämpfen. Ich entferne sie von innen heraus. Wachen Sie auf, Kumpel. Stimmt was nicht, Henry? No! Dieses Wesen ist stark. Das stärkste, das mir je begegnet ist. Was ist, wenn dieses Wesen das Kind satt hat und sich entschließt zu springen? Der Junge stirbt. Cameron, es ist ein Trugbild. Du wirst brennen? Oh mein Gott. Gott ist nicht hier. Wenn wir das hier überleben wollen, werden Leute sterben. Geht's dir gut? Sie agieren zum Wohle der Gruppe als Ganzes. Vielleicht sind sie die nächste Stufe der menschlichen Evolution. Die aktuellen Geschehnisse sind mehr als temporäre Anarchie.